Übung 1 Hallo, wir sind Campusradio. Wir interviewen internationale Studenten. Wie heißt ihr? Woher kommt ihr? Ciao, ich bin Laura. Ich komme aus Pisa und studiere in Bologna. Und ich bin Piet. Ich bin aus Brüssel. Welche Sprachen sprecht ihr? Ich spreche Italienisch und oft Englisch und Deutsch im Studium natürlich. Ich spreche Niederländisch. Das ist meine Muttersprache. Und Französisch. Im Studium brauche ich Deutsch und oft Englisch. Und was studiert ihr? Ich studiere Chemie. Deutsch als Fremdsprache. Ich bin im Masterstudiengang. Der ist ein Rättern könnt ihr uns verloren an den Augenrächt lieutenant posten und bis zum Beispiel im Zweck zu erfolgen. Untertitelung des ZDF, 2020